Ja. Ja. Ich hab's. Ich hab's. Was denn? Du weißt doch, der Film Fast and Furious 7 kommt auch jetzt raus. Ja, genau. Weißt du, was ich herausgefunden habe? In Los Angeles machen diese Schauspieler eine Pressekonferenz. Und wo sind wir gerade? In Los Angeles. Richtig. Und weißt du, was das bedeutet? Wir beide. Du und ich. Und er. Der gar nicht darf. Wir werden die original Fast and Furious Autos sehen. Wir beide werden dort einbrechen und die Schauspieler treffen. Äh, hä? Warum gehen wir nicht einfach dahin und fragen? Glaubst du ehrlich? Das wollen wir einfach nur fragen. Dass wir da reinkommen? Nie im Leben. Wir werden einbrechen. Und ich erkläre dir genau wie. Pass auf. Wir machen das genau. Als allererstes müssen wir an das Security vorbei. Wir gehen hin. Wie, wie, wie kleine Hamster, die du nicht hörst. Dann reden wir zu ihm. Und wenn du es am wenigstens erwartet. BAH! Machen wir einen Tigerkralle. Und er wird ohnmächtig sein. Dann schleichen wir uns weiter rein. Parkplatz. Ich hab's genau gecheckt. Dann machen wir über den Parkplatz eine Kung-Fu-Rolle. Damit das keiner sehen kann. Wir müssen unentdeckt bleiben. Verstehst du mich mein? Verstehst du mich mein? Warum schreist du mich an? So, so, so. Ich bin gerade an der Falle. Dann, 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 dann sind wir drinnen. Und dann ist es ganz wichtig. Wir müssen trotzdem unentdeckt bleiben. Wir müssen ganz, ganz so tun, als ob wir dazugehören. Ganz simpel. Du wirst den Roboter tanzen. Nein, 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 nein. Nein. Wurste sich das nur angucken. Nein, ich schau auf meine Mutter. Ich mach den Roboter. Doch, Mann. Der Roboter ist wichtig. Niemals. Doch, Mann. Der Roboter ist geil. Mach nur den Roboter. Okay, okay. Aber nur, wenn du die Pirouette machst. Ich? Pirouette? Okay, Roboter ist nicht so wichtig. Und wenn wir das alles geschafft haben, dann werden wir die Stars treffen. Wir werden Ty Wheeze treffen. Wir werden Ludacris treffen. Und wolltest du dich schon immer mal The Rock treffen? Ja, Mann. Ja, geil. The Rock. Ja. So, es war gut, zu treffen. Es war gut, zu treffen, Mann. Du wirst The Rock treffen. Ja. Lass gehen. Komm. Oh, hey, hey. Armt. You're the security guy, right? Oh, Mann. Das ist einfach klar. Wie fragen? Das geht nicht, Mann. Can we get him? What? Was? Ernsthaft? Oh, den Scheiß jetzt? Das ist alles, Digga? Komm, du einfach. Mann. So, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke an Universal, dass sie uns die Chance gegeben haben, die Stars live zu erleben. Und dass wir da sein durften. Hand in Hand. Ich durfte The Rock anpassen. Ich durfte Ludacris streicheln. Danke euch dafür. Und vergesst auch nicht, He-Shop das Video anzugucken. Könnt ihr hier machen. Mit dem war ich nämlich da. Zusammen. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Und Peace.